Hallo Internet und herzlich willkommen zu Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 1 Kampagne Mission 3 Kampagne der guten Völker, hier sieht man die bösen Völker anrücken Wir sind jetzt in Notlorien angelangt Die Gemeinschaft hat überlebt und nun ziehen wir uns nach Notlorien zurück um die herannahenden Horden der Orks abzuwehren Der Feind ist im Nordwesten durchgebrochen Lauf! Schnell, wir müssen Notlorien erreichen Wir sind überall! Hey! Wacht euch zurück! Beschützt die Gemeinschaft! Vernichtet die Orks! Komm schon, somebody! Die Hobbits müssen sich noch nicht wirklich erleben Der Feind! Entdeckung Männer! Wir müssen zusammenbleiben Schnell! Ich darf nicht entdeckt werden Ich darf nicht entdeckt werden Für Onkel Bilbo! Somebody lässt dich nicht im Stich Wir sind sonst nicht gewachsen Vorsichtig! Sonst sehen sie uns Zieht eure Waffen! Okay Wir haben nicht viel Zeit Schnell! Diese Mission basiert ganz allein darauf, dass wir überleben Und Es hat ein paar ganz blödsinnige Bedingungen, wie man sterben kann Also hier steht Man soll die Gemeinschaft nach Notlorien sein Ich muss nochmal gucken, wie wir in Notlorien sind Weil das ist echt Hinterhalt Schnell jetzt Keine Sorge Herr Elf Hier ist der Zwerg, der euch hüttet Der Feind! Entdeckung Männer! Schnell! Wir müssen Lotlorien erreichen! Okay, diese Elben Hauen wir das nicht mal richtig rein Habe ich voll vergessen Wir müssen weiter Schnell! Aber was mich genervt hat Was mich nervt an dieser Mission ist, dass ich meine, dass sogar kein Nicht nur, dass mal Elben da sein müssen, sondern dass wir auch das Spiel verlieren Sobald ein Trupp komplett vernichtet wird Von den Elben Es darf also kein Held sterben Was bei neuen Helden ja schon Naja, schwierig ist Und dann müssen auch noch alle Elben überleben Also, boah Also alle Elbentrupps Das muss die versuchen rechtzeitig zu heilen Wir müssen weiter Wir brauchen Kasernen, um mehr Krieger auszubilden Wir müssen die Wälder schützen Wir müssen ihre Segewerke zerstören Und den Wald beschützen Hier, Land! Schnell, Elben der Wälder Hier Ich will nur helfen Wir müssen aufpassen Sieht eure Waffen, Elben So Sieht eure Waffen, Elben Wenn hier lang und sammle ein Wie der Wind Verlass dich auf mich Wir brauchen Kasernen, um mehr Krieger auszubilden Kasernen ist fertig Jetzt brauchen wir neue Krieger Bereits Da gibt's noch Schätze, da gibt's Schätze Sammelt die Schätze Einzige Möglichkeit Ressourcen einzusammeln Seid bereit, Elben Seid bereit, Elben Ich will endlich Kämpfeindwirt stärker Wir sind hier um Mittelerne Die haben mich noch nicht wütend erlegt Ich werde euch bis zum Ende begleiten Wir werden diesen Krieg gewinnen Wir Hobbits müssen zusammenhalten Was mache ich hier eigentlich? Was? Mir ist der was mache ich hier eigentlich ha 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 wir ziehen an eurer seite in diesem krieg wir müssen weiter höhentrolle sie kommen von norden bereit machen bogenschützen bereit hinterlasst keine spuren wir ziehen an eurer seite in diesem Krieg ok Elvenkrieger im wald werden sie uns nicht sehen ja ja unsere Gruppen werden angegriffen dass keinen über den macht Ordnung hört mir zu attacke seid bereit macht euch bereit wir müssen rasch handeln macht euch kampfbereit zeig keine Wurden ja sehr gut auf zu Supergandal wir dürfen nicht wanken wir müssen weiter wir schützen unsere Heimat der Feind ist im Nordwesten durchgebrochen schickt Verstärkung los kämpfen Ox nähern sich der nordwestlichen Brücke sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit wir schützen unsere Heimat seid wachsam ich will endlich kämpfen ich gehe voraus ich würde gern mal etwas sehen Kazinzi bleibt wachsam im Wald sind wir geschützt der Feind ist unter uns Männer 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 ha schon wieder gewonnen alle Mitglieder der Gemeinschaft müssen überleben zerstöre die Sägewerke es wird mir nicht gesagt dass auch alle Truppen hier ja ich werde mein Volk verteilt wir müssen bereit sein ich will endlich kämpfen bereit wie der Wind die Elben sind hier um gegen Sauron zu kämpfen der westlichen Brücke Ox nähern sich der westlichen Brücke sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit der westlichen Brücke seid bereit schnell eilt euch schnell jetzt wir ziehen an eurer Seite in diesen Krieg bereit bereit schnell schnell Elben der Wälder worauf wachten wir doch da sind sie kämpft Männer des Westens wir dürfen nicht warten sie haben angegriffen an eurer Seite in diesen Krieg zurück in die Dunkelheit zurück in den die der Dunkelheit auf nach 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 Okay. Dort sind wir geschützt. Wir müssen bereit sein. Geht jetzt. Hm. Nordwesten, Westen, Osten. Von wo? Wofür haben wir überhaupt Speer? Wir müssen mal zu. Hierher. Hört mir zu. Zurück. Ja. 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 Gönnt ihnen keine Rast. Elvin, hierher. Macht euch bereit. Unsere Truppen werden angegriffen. Gewonnen. Ja. Wir haben es geschafft. Leider kein Bonusziel erreicht, weil die doch echt schwer sind. Also hier war das tatsächlich schwer. Oh. 50 Kommandopunkte. Oh. Alla. Hä. Gandalf ist das einzige auf Level ... Nein. Sam ist auf Level 4. Die unschuldigen Bürger Rohans müssen gerettet werden. Wisst ihr jetzt, was euch das nächste Mal erwartet? Und bis dahin, auf Wiedersehen und ciao Internet. Und bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.